Herzlich Willkommen in Haar-Atelier Katrin Henkel. Kommt mit mir rein und ich zeige euch, was wir alles anzumieten haben. Ich bin die Inhaberin des Haar-Ateliers. Mich gibt das jetzt seit knapp sechs Jahren. Vor ca. drei Jahren haben wir das Geschäft sehr aufwendig und hochwertig renoviert. Wir haben nicht nur im Friseurbereich einiges anzubieten, sondern auch von Kopf bis Fuß kann der Kunde sich bei uns verwöhnen lassen. Ich stelle euch jetzt mal mein Team vor. Hier haben wir Philipp Schäfer. Philipp ist jetzt seit einem Jahr Meister. Sein Fachgebiet sind Herrenhaarschnitte und gerade ausgefallene Farben findet er besonders gut. Jasmin ist jetzt bei uns seit einem Januar. Ihr Fachgebiet sind verschiedene Strähntechniken. Dann macht sie sehr gerne Hochsteckfrisuren. Wir bieten Hochstecken, also wir haben ein ganzes Programm mit Braumpaket. Das heißt, da werden die Haare hochgesteckt und wird passend dazu das Make-up gemacht. Ja, sie ist auch spezialisiert auf unser neues Produkt Olaplex. Das haben wir jetzt seit einem Jahr. Und wir können, gerade auch wie bei unserer Kundin jetzt, zerstörtes Haar auch wieder mit Olaplex aufarbeiten. Das heißt, das ist unser neues Wundermittel. Wir können endlich tolle Farbergebnisse erreichen mit unserem Olaplex-Mittel, was die Haarstruktur wieder stärkt, glänzt und gesund macht. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, gehen wir doch mal zur Haarverlängerung, weil wir bieten natürlich auch Haarverlängerungen an. Das ist echt super. Ich habe es nochmal geschaut. Ja, also man spürt so gut wie gar nichts und Sehendüfte überhaupt nichts. Also es ist echt klasse. Ist super toll. Ich bin wieder super zufrieden. Ich danke dir. Ja, das war ja sehr. Ja, das zeigen wir dann gerade mal den Leuten, wie schön unsere Haarverlängerung ist. Sehr natürlich. Man sieht eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied. Ja, wir befinden uns hier im Wellnessbereich. Dann würde ich euch doch ganz gerne mal unseren tollen Entspannungsplatz zeigen. Und zwar, wir haben hier einen Waschdessel mit Massagefunktion und unsere Kunden können in die schönen Sterne reinschauen und sich ganz toll verwöhnen lassen.